Unten. Stell dir vor, hier war's. Hier saß er. Hier. Nicht etwa auf der Bank. Nein, hier. Auf nacktem, kaltem U-Bahn-Steiggestein hat er gesessen. Dem Aufzug und der Treppe gegenüber. Den Rücken hatte er an diese Infoband gelegt. Ja, ja, hier war's. Und ungefähr um diese Zeit. Ich dachte mir sogleich, auf eine U-Bahn wartet der doch nie und nimmer. Doch hab Geduld. Bevor ich dir das Weitere erzähle, will ich dir erst einmal den Mann beschreiben, der hier saß. Er mag so gut und gerne 65 Jahre alt gewesen sein, doch dies bleibt eine äußerst vageschätzung. Zieh fünf, sechs Jahre ab von mir aus, oder zähle fünf hinzu. Sein Haar in jedem Falle war er grau. Lang, üppig und verfilzt hing es herunter. Und keiner, der den Mann besah, vermochte sich des Eindruckes erwehren, das Leben, in dem Schopfer eingenistet steckte und gedieh. Denn bald schon fuhr der alte Mann mit aufgedunsener rechter Hand, die nicht nur dreckig, sondern übersät mit Schwielen, Warzen, Blasen war, hinauf zum Kopf und kratzte derb, so dass er, unwillkürlich auf dieses Juckreit stillenden Effektes, grinsen musste. Zahnlos, breit. Und ich entschinde mich, die nimmermüden Hände kratzten auch im Bart, der voll und würrgewachsen, Wangen, Kinn und Hals verbarg. Die übrigen Gesichtspartien waren alles andere als schön. Die Stirn vernarbt und voll von Grint, die Nase durch diverse Nasenbeinfrakturen platt und krumm, nur seine Augen waren groß und klar und blickten lebhaft forschend in die Welt. Ich brauchte ja nicht zu sagen, dass dieser Mensch bekleidet war mit etwas, das Bezeichnungen wie Parka, Hose oder Hemd kaum mehr verdiente, so löchrig, eingerissen und verdreckt war alles, was er trug. Kurz, es waren Lumpen nur. Die Füße, durch die wir aufgequollen hatten, keine Schuhe. Dafür jedoch waren Fetzen irgendeines Leinentuchs um sie herum so ungeschickt gebunden, dass sie nur ungenügend jene Wunden bargen, aus denen er serös und eitrig troff. Auch wenn er ziemlich abseits saß, so hatte sich doch bald ein Pulk von Wartenden um ihn herum versammelt, natürlich im gehörigen Abstand, nur um zu erforschen, woher es stammt, das äußerst penetrante olfaktorische Gemisch aus Kot, Schweiß, Dreck, Urin, das mittlerweile schon den halben Bahnsteig überzogen hatte. Der Mann hinwiederum war der Betrachtung längst gewahr geworden, doch tut er so, als wäre er allein und würdig die, die angewidert gaffen, nicht auch nur eines Blicks. Er gibt sogar ein Schauspiel ganz besonderer Art, als habe er es geradezu darauf abgesehen, den Ekel desto mehr noch zu erregen. Denn was macht er? Er wickelt ganz bedächtig von den klumpen Füßen jene Leinenfetzeln ab, besieht sich seine Zehen und die Nägel, diese hatten sich im Lauf der Jahre ungeschnitten, so gekrümmt, dass ihre Spitzen sich nunmehr ins Fleisch der Zehenballen bohrten. Schon inspiziert er seine Fersen, so gut es eben geht, befingert an den Knöcheln dann die nässende, gespannte Haut, pult an den Waden dick verschärftes ab und schnippt es weg, um dann erneut die Füße mit den Leinenfetzeln zu bewickeln und ein Paketband derart fest, um den Verband zu zürmen, dass vorerst nichts verrutschen kann. Kaum ist dies Wickelwerk vollbracht, klaubt er Kopfhörer aus der Parka-Innentasche vor und stülpt sie auf und Augen zu, sofort gerät Bewegung in den Oberkörper. Der Alte nickt und schüttelt wild den Kopf und fuchtelt, wirbelt quirlig mit den Armen, so als schlage er gerade auf ein Schlagzeug ein. Doch damit nicht genug. Er lässt die Zunge schnalzen, mischt ein Ploppen seiner Lippen und ein Klicken oder Klacken rückmischt runter und dann zischt er da, sein Rumpf zuckt und dann wieder brummt er dumpf und duckt sich zigmal kurz ruckzuck und dann spuckt er aus und prustet und dann zirrt er, gurt und girt er, was gelind gesagt, zwar wirr, nicht jedoch Misslungen klingt. Selbst einen Hustenanfall, den er zwischendurch bekommt, wie auch das Lutschen und Zerkauen jenes zähen Schleims, den er darauf heraufbeförderte, baut er geschickt in seinen Vortrag ein. Doch dann, ein leichter Stups an seinem rechten Fuß, der Alte zuckt zusammen und den Schleim geschluckte Augen auf Kopfhörer ab, sind eins. Er mache erstens zu viel Lärm, was zweitens sich nun wirklich nicht gebühre und drittens sei es gerade ihm hier nicht erlaubt zu sitzen, was viertens schließlich heiße, dass er den Bahnsteig hier, wie jeden Bahnsteig, fortan meiden müsse. Kaum sieht der Alte auf zu dem, der dieses sagt, schon funkeln seine Augen und er gibt sich freudig so, als ob er geradezu auf den verbalen Schlagabtausch, der zweifelsohne nun erfolgen wird, gewartet hätte. Und welch ein Lächeln, Strahlen huscht ihm plötzlich über sein Gesicht. Denn vor ihm steht nicht einer nur. Nein, drei. Drei Männer von der Hochbahnwache haben sich hier aufgebaut. Sie sind gleich groß, breitschulterig alle drei und was die Kleidung anbelangt, tiptop, wie aus dem Ei gepellt. Und die Gesichter erst. So jung, so sonngebräunt der Teint, so frisch rasiert. Wie wohl hat Greiflichkeiten hier nicht zu erwarten sind, ist jeder der drei Männer äußerst angespannt. Ja, auf der Hut, nicht allzu sehr vor ihm, dem Alten, als vielmehr vor dem Kleingetier, das diese auf dem Leibe trägt. Und Hand aufs Herz, wer möchte denn schon gerne Flöhe haben, Läuse oder Krätze? Und dass die rechte Hand des Alten plötzlich in den Schritt fährt, weil's dort juckt, die linke in die rechte Achselhöhle, weil's dort beißt und zwickt, ist doch wohl Grund genug, auch gleich mit Einmalhandschuhen aufzuwarten. Die Beine leicht gespreizt, die Arme vor der Brust verschränkt, so stehen sie gebieterisch und zeigen damit einmal mehr, dass sie sehr wohl gewillt sind, hier das Hausrecht vollends wahrzunehmen. Der Alte sucht indes zu diskutieren, mit einem Lächeln mildes Walten zu erbitten. Da dies nicht fruchte, tut er so, als ob er nichts verstehe, dann wieder so, als ob er in den Taschen nach einem Fahrschein suche, einem Ausweis, was weiß ich. Und plötzlich hat er einen 100-Euro-Schein in seiner Hand und hält ihn wedelnd hoch, so dass es alle sehen, ruft triumphierend, dass er zahlen könne und auch zahlen werde. Doch zeige sich wie stets, dass man ihn hier so wenig dulden wolle wie überall auf dieser Welt und dass es ja Methode habe, so gegen ihn wie gegen alle Werber vorzugehen. So jedenfalls der Sinn der Worte, wenn man von jenen Flüchen absieht, die er zudem in seiner Rede flocht. Doch alles Träuben, trotziges Verzögern, so manches Argument, das er noch nuschelnd vorbringt, hilft ihm nicht. Die Herren von der Hochbahnwache lassen keinen, auch noch so leisen Zweifel an dem Ernst der Lage zu. Er müsse endlich sich bequemen aufzustehen. Sie würden ihn dann schon geleiten auf dem Weg nach oben, ihm selbstverständlich helfen, so es ihnen möglich sei. Doch käme er nicht unverzüglich dieser Personalanweisung nach. Sie hätten noch ganz andere Mittel, sich hier durchzusetzen. Sie sagen dies sehr ruhig, freundlich, doch bestimmt. Und jede ihrer Gäste unterstreicht, das, was hier angedroht wird, werde, wenn es tatsächlich auch hart kommt, auch getan. Da hilft es nichts. Der Alte muss sich fügen. So steht er auf und ordnet fahrig seine Lumpenkleider, verstaut Kopfhörer um den 100-Euro-Schein in einer seiner Parkertaschen und humpelt dann der Treppe zu. Sich haltend am Gelände, klimmt er die Stufen unter größter Kraftanstrengung hoch und während er noch mühsam aufsteigt, begleitet von den Dreien, der eine ihm voran, die beiden anderen gleichauf, hinter ihm, und während nun von oben ein Grüppchen junger Menschen sich diesen Vieren nähert und seitlich auf den Stufen, aus welchem Grund auch immer, stehen bleibt, da sieht es für Momente aus, als schritte er hier eine Ehrenformation der Jugendlichen ab und gebe einem jeden ein gutes Wort mit auf den Weg, bevor er sich den Blicken der hier unterstehenden entzieht. Ja, ja, so war's. Doch wenn du glaubst, es gäbe nichts hinzuzufügen, dann hörst du dich. Denn eine Nachricht über diesen Alten, auf die ich nur zwei Tage später und durch einen Zufall stieß, erscheint klischeehaft und banal, wenn man sie liest, doch will ich sie dir keineswegs hervorenthalten. Er habe sich in Bahnhofsnähe des Öftern rumgetrieben, so ähnlich stand's im Abendblatt, ich glaub auch in der Morgenpost geschrieben. In jener Nacht noch hatte man ihn nämlich auf dem Steintordamm, nicht unweit der Pissoirotunde, in einer Lache aus Urin und Blut, Blut überströmt, tot aufgefunden. Er sei erschlagen worden, hieß es, und um das Wenige, das er besaß, gebracht. Dank eines Augenzeugen habe man doch noch in selber Nacht, die Tat war nicht einmal zwei Stunden her, den Täter, einen jungen Mann, der kurz zuvor aus einer Haftanstalt entlassen worden sei, bei dem Versuch, Kopfhörer zu verkaufen, überraschend schnell gefasst. Bild macht groß auf und titelt noch zwei Wochen später ungeziefer überführte Täter.